Setze die Rohre in eine richtige Position und stelle aller Lampen auf grün. Nur gleichfarbige Rohre können nebeneinander gesetzt werden. Wenn eine richtige Lampe mit dem richtigen Rohr verbunden wurde, färbt sie sich blauer. Okay, das heißt, ich müsste jetzt eine finden, die... Ne, das ist auch nichts. Das ist auch nichts. Das sieht recht gut aus. Okay, das gefällt mir sogar wirklich. Die stelle ich mit da hin. Okay, ich brauche da eine, die nach links und nach unten links zeigt. Dann braucht... ... die Verschrift, die Verbindung. Oder sowas ähnliches. Aber sowas wie der hier muss verteilen. Der passt aber nicht. So ist mal mit dem da. Okay, die links sind schon mal richtig. Die dann nicht. Ja, wir brauchen noch einen. Hier ist ein Bier. Okay. Okay, ähm, du bist falsch. Aber auch irgendwie richtig. Ich schiebe mich mal nach da. Ich schiebe mich nochmal zurück. Okay. Boah, das ist aber Hammer. Ähm... Vor allem, weil ich nicht wirklich weiß, was ich hier zuhör. Aber das ist ja auch nichts Neues. Ähm... Das ist doch auch Blödsinn. Schon mal, der hier Blödsinn ist. Okay, die haben irgendwie richtige Verbindungen. Aber so nicht. Wenn ich dich da anschließe, dann wirst du auch nicht mehr grün. Okay. Der könnte was werden. Tut aber nicht. Das ist doch nicht so wichtig, weil ich bote da noch nicht verbindelig bin. Der ist eigentlich auch bewusst. Ähm... Gut, da ist auch was cooles. Guck mal, der braucht wohl keinen. Aber du brauchst ihn. Ah, jetzt sitzen die richtig, okay. Was mich wundert ist, dass der passt und der nicht. Und der Schwede. Ich könnte die mal tauschen. Und schon klappt's. Jetzt hab ich ihn einmal voller Wasser. Okay. Ich kann ihn mit der Schaufel weghebeln und dann macht er den Weg frei. Ich guck trotzdem nochmal hier. Habe ich nicht was vergessen. Der Springbrunnen sieht auch sehr geil aus. Ne, hier ist durch. Hier müsste ich nochmal irgendwie da rankommen. Ich muss mir merken, dass er noch was ist. Und guck mir dann den Schneemann hier an. Evil Frosty. Und ein Wimmelbild. Dafür bin ich hergekommen. So, noch irgendwas anderes. Jetzt finde ich das einsammeln. Die Steckdose. Und ich hab schon den ersten fertig Heißluft gewesen. Für den eingefrorenen, okay. Für das eingefrorene Ding da. Ohne Strom wird's nicht funktionieren. Ja, fuck. Das sieht wie eine Haltung für den Generator aus. Dann suche ich doch erstmal weiter ob ich noch Teile finde für den Wackerschaufel. Ach guck. Ja, da hab ich den ja auch gefunden. Den Generator. Pass auf Tamar. Pass auf Tamar für die Steinplatte. Die Steinplatte. Und die Steinplatte. Und... Jeha. Ein Argon-Schweißgerät. Schlittenteil. Das könnt ihr mir weiterhelfen. Kein Deck. Das ist... Gut, ist auch zu blöd. An dem Schneekebläse fehlen einige Teile. Ich hätte zum Beispiel eine Schneekette im Angebot. Und ein Schlittenteil. Na ja. Das ist... Der Schneeband will mich eindeutig nicht vorbei lassen. Das Wummelbild ist auch zu Ende. Und hier komm ich nicht vorbei, weil der ist ja nicht so freundlich. Da komm ich nicht ran. Da komm ich nicht ran. Da gibt's auch nichts mehr zu holen. Hier komm ich auch nicht zurück. Ah. Ein Eispickel. Der könnte mir hier helfen. Und dann habe ich einen... Hebel. Und wenn ihr die große Frage... Wo kann ich jetzt den Hebel verwenden? Tja, Schneemann. Hetzt dich mal nicht mit mir angelegt, ne? Jetzt habe ich einen Schlitten. Da unten kann ich den Schluss passieren. Nehmen wir den Schlitten. Auf geht's! Huiiii! Schade, dass ich den Schlitten jetzt nicht nehmen kann. Ben hat mir nahe bei diesem Baum einen Antrag gemacht. Ich kann mich erinnern, dass damals eine seltsame Katze herumgestreut ist. Danke für den Hinweis. Und jetzt tut sich was auf. Das kann ich ansehen. Ah. Oh. 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 Ich muss hurry. Beweil dich. Beweil dich. Er winkt. Ich muss diesen Fahrrad stoppen. Ich werde nie meinen Mann wieder sehen, wenn ich diesen Fahrrad missbeite. Kannst du dich mal kurz um dich kümmern? Nicht? Kannst du dich nicht verscheuchen? Ablenken? Irgendwas? Ich glaube, ich kann zurückgehen. Was ist ein strange Traum? Ich hoffe, es gibt keine Spinnen. Das wird der letzten zugespannte Eingang zum Bahnhof. Ich hasse Spinnen. Ich werde Spinnenleben nicht anfassen. Okay, ich kann das Feuerzeug mit den Lippen nicht verbinden. Es macht wenig Sinn, diese Lippen zu verbinden. Ich würde hier abfackeln, wenn ich du wäre. Aber ich bin nicht du. Ja, danke auch. Du bist jetzt Flasche mit Benzin. Molotow-Koktel. Eingezündeter Molotow-Koktel. Spinnennetz. Graviat. Aber durchaus angebracht. Green Bank. Normalerweise braucht man eine Karte und einen Code. Wir nehmen Stein. Hätte ja klappen können. Gut, rein in die Bahnhofshalle. Das ist ein psychedellische Ort. Es braucht nur ein Erdbeben, um es zu transformieren. Es fehlt nur noch ein Erdbeben. Oh. Quadratstern-Dreieck. Der Gefrierschrank ist fest verschlossen und hängt in der Luft an einem Seil und Nachregel. Der Fahrstuhl ist blockiert. Der Fahrstuhl ist blockiert. Die Luka ist verschraubt. Wie bekomme ich sie auf? Aufschrauben. Egal, erstmal entledigen wir uns dem Hund Und gucken, was der im Koffer hat Und dann Koffer Die Intuition sagt mir, dass dort etwas in der Erde vergraben wurde Okay, aber erstmal Holy shit Verschiebe die Münzen in die Position derselben Farbe Okay, nochmal Du, du 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 Ende, schade Okay, versuche ich es jetzt mal mit dem Teil an hier Okay Hier habe ich das in den anderen Dingen noch gemacht Einen davor, einen davor Einen davor und am Arsch Jetzt Okay, Juan. so links dahin 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 du kommst da raus, du kommst da rüber, aber du kommst jetzt hier nicht mehr raus Hä? Wie bin ich denn jetzt? Wie hab ich das so geschafft? So, so 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 Also, du komm jetzt da rüber und da rüber und noch da ziehen.